Heute mit Pastor Joseph Prince. Heute möchte ich Ihnen sagen, wie Sie einen weiteren Bereich Ihres Lebens in Besitz nehmen können. Wissen Sie, es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir das Versprechen von Jesus begreifen, das er uns gegeben hat. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Manchmal, wenn wir in unserem Leben als Christ vorankommen, fragen wir uns, wie kommt es, dass ich die alten Feinde immer noch sehe? Wenn ich von den Feinden unserer Seele rede, dann meine ich damit die sündigen Regungen, die sündigen Machenschaften und die Auswirkungen in mir. Die sind nicht göttlich und heilig, die sind nicht von Christus. Wir sehen, wie sie hochkommen und manchmal kommen sie voller Leben und in voller Farbe nach oben. Wir denken dann, ich dachte, ich sei so weit in Christus gewachsen. Manchmal kommen solche Dinge während unserer Gebetszeit oder während wir in irgendeine geistliche Übung vertieft sind. Wir haben immer gedacht, wenn wir diese Dinge machen, dann sollten solche Sachen nicht hochkommen. Die sollten dann nicht passieren. Was für eine Antwort hat Gott also für uns auf diese Frage? Vielen von Ihnen geht es so, dass Sie nach einer siegreichen Phase im Leben, nach einer glorreichen Zeit mit dem Herrn, vielleicht gedacht haben, Sie seien oben auf dem Berg und würden niemals wieder in ein Tal kommen. Aber manchmal kommt direkt nach einem großen Sieg eine große Niederlage. Der Grund dafür ist Ihr Fleisch. Denn Ihr Fleisch ist wieder durchgebrochen. Manchmal kann Ihr Fleisch eine Zeit lang ruhig sein, aber dann gibt es einen Ausbruch. Warum ist das so? Es gibt einen Unterschied zwischen Erlösung durch Blut und Erlösung durch Kraft. Erlösung hat zwei Seiten. Das lehrt die Bibel. Erlösung durch Blut geschah in Ägypten, als die Israeliten durch das Blut eines Lammes vor dem Zerstörer behütet und geschützt wurden. Das Gericht kann Ihnen nichts anhaben. Vielmehr muss das Gericht an Ihnen vorbeiziehen, obwohl Sie schuldig sind, obwohl Sie Sünder sind. Der Grund dafür war das Blut an den Türpfosten und an dem oberen Balken. Das Blut spricht zu Gott und sagt, es gab Tod in diesem Haus. Ein Unschuldiger ist für den Schuldigen gestorben. Das ist ein Bild für das Kreuz von Jesus Christus. Das Blut an den Pfosten und auf dem Balken und das Lamm sprechen von Jesus. Das Lamm Gottes hat sein Blut vergossen. Das Lamm Gottes hat für uns durch sein Blut eine ewige Erlösung erlangt. Das Blut von Jesus Christus reinigt uns von jeder Sünde. Das ist Erlösung durch Blut. Alles hat seine Grundlage im Blut von Jesus. Durch dieses Blut sind wir gesegnet. Durch dieses Blut sind wir geheilt. Durch das Blut empfangen wir allen Segen von Gott. Das ist das Fundament. Aber dann gibt es im praktischen Leben, im alltäglichen Leben, Auswirkungen von dieser Erlösung. Und das ist die Erlösung durch Kraft. Wenn wir uns das Ereignis vom Roten Meer ansehen, dann gibt es daran einige Lektionen, die wir heute davon lernen können, wie Gott uns durch Kraft erlöst. Von all diesen Dingen, die ich gerade erwähnt habe. Wir haben unsere täglichen Konflikte. Wir haben diese sündigen Regungen, die in uns hochkommen. Wir haben all diese Neigungen, von denen wir dachten, sie seien vorüber, weil wir jetzt im Heiligen Geist getauft sind und die Gerechtigkeit Gottes in Christus sind. Wie gehe ich mit solchen Dingen um? Sie sehen so stark aus, so echt, und sie starren mich an. Manchmal schäme ich mich so und fühle mich schwach. Ich kann sie nicht bezwingen. Da haben Sie recht. Sie können sie nicht bezwingen. Ich kann sie nicht bezwingen. Aber in dieser Geschichte vom Roten Meer hat Gott eine Antwort für uns. Sehen Sie, Gott hat die Israeliten beschützt und behütet und durch das Blut des Lammes erlöst. Aber die Feinde sind immer noch da. Mit anderen Worten, obwohl wir sicher sind, haben wir immer noch unser Fleisch. Und mit Fleisch meine ich Folgendes. Das will ich kurz erklären, damit Sie mich richtig verstehen. Denn wenn wir Fleisch hören, denken wir an den Körper. Das Fleisch, obwohl es im Körper ist, ist der Teil von uns, den wir im Grunde von Adam geerbt haben. Das geht zurück bis Adam. Jedes Kind wird mit diesem Fleisch geboren, mit diesem Teil von ihnen. Manche nennen diesen Teil die sündige Natur. Die sündige Natur. Andere nennen es den alten Menschen. Mit anderen Worten, das ist ein Mensch, der von Adam herkommt, nicht von Christus. Viele von uns heute, die gerettet sind und jetzt gerade zuschauen, sind eine ganz neue Schöpfung in Christus. Sie sind nicht mehr der alte Mensch, der von Adam abstammt. Sie sind jetzt ein ganz neuer Mensch. Wir kommen gleich darauf zurück. Aber bis hierher können wir jetzt für uns sagen, dass wir verstehen müssen, dass das Fleisch der Teil von uns ist, der Falsches tun will, der Sündigen will. Kind Gottes, lassen Sie mich Ihr Herz beruhigen. Sie sind nicht das Fleisch. Sie sind nicht das Fleisch. In Römer 8 heißt es, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wir alle wissen das. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Kind Gottes, hören Sie genau zu. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und das Kriterium dafür ist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn Sie den Heiligen Geist haben, dann Halleluja. Ich weiß, dass Sie ihn haben, wenn Sie Ihr Vertrauen auf Christus setzen. Sie sind dann nicht länger im Fleisch. Aber das Fleisch ist in Ihnen. Genauso wie ich durch einen kleinen Splitter in meinem Finger nicht zu einem Stück Holz werde. Obwohl der Splitter in mir ist, in meinem Finger, bin ich trotzdem kein Stück Holz. Sie sind nicht im Fleisch. Sie sind im Geist, weil Gottes Geist in Ihnen wohnt. Denken Sie daran. Das ist Ihre wahre Identität. Aber dann kämpfen wir mit dem Fleisch. Die bloße Tatsache, dass Sie das nicht mögen, zeigt etwas. Die Tatsache, dass Sie sich schämen, sich frustriert und niedergeschlagen fühlen, wenn das hochkommt. Und manchmal geben Sie dem nach und fühlen sich dann noch niedergeschlagener. Das zeigt, dass Sie wirklich von Neuem geboren sind. Dass Sie ein Kind Gottes sind. Aber wir wollen ja auch kein Leben der Niederlagen führen. Hat Gott für uns Vorsorge getroffen? Das hat er. In der Tat. So wie der Apostel Paulus, der diesen Kampf auch zu kämpfen hatte und dabei gesagt hat, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich tue, was ich gar nicht tun will, dann zeigt das, dass das gar nicht ich bin, der das tut. Das klingt wie eine Ausrede, aber Paulus sagt damit, das wahre Ich ist nicht beteiligt, denn das wahre Ich ist nicht das Fleisch. Das wahre Ich ist im Geist, eine neue Schöpfung. Er schreibt dann, es ist die Sünde, die in mir wohnt. Paulus macht hier eine bemerkenswerte Aussage, wenn er sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Kind Gottes, bitte laufen Sie nicht durch so eine lange Reihe von Erfahrungen in Ihrem Leben und vergeuden Sie nicht Ihre Zeit in der Wüste, nur um zu entdecken, dass in Ihrem Fleisch nichts Gutes wohnt. Kommen Sie zur Ruhe. Und erkennen Sie, dass in Ihrem Fleisch nichts Gutes wohnt. Amen? Es gibt Menschen, die können die dunkle Seite des Fleisches verdammen, den negativen Teil. Aber wenn das Fleisch etwas Gutes tun will, wenn es religiös sein möchte, wenn es etwas tun möchte, das sich ehrenhaft anfühlt, dann halten Sie das für in Ordnung. Nein, mein Freund. Wenn man dem Fleisch erlaubt zu handeln und es diese Dinge tut, die ehrenhaft oder gerecht oder gut erscheinen, dann ist das eigentlich eine Form der Selbstgerechtigkeit, denn es ist immer Stolz dabei. Das Fleisch ist stolz auf das Gute, das es tut. Aber auf der anderen Seite verdammt sich der negative Teil selbst. Er sieht auf sich selbst, ist mit sich selbst beschäftigt, ist niedergeschlagen. Beide Teile sind mit sich selbst beschäftigt. Beide sind auf sich selbst fokussiert und nicht auf Christus. Unser Leben als Christ ist ein Leben, das von Christus bestimmt ist, indem wir auf Jesus schauen, den Urheber und Vollender unseres Glaubens. Wenn Sie das annehmen können, dann ist das eine wundervolle Wahrheit. Denn an dem Tag, an dem Sie diese Offenbarung entdecken, Kind Gottes, werden Sie gesegnet sein. Das ist wie der Himmel auf Erden. Als ich das entdeckt habe, war das wie der Himmel auf Erden. Das war wie, als ob der Geist Gottes mir sagen würde, du bist nicht länger du, schau auf Jesus. Das ist ab heute dein wahres Selbst. So lehrt das Neue Testament das. Wenn Christus unser Leben, achten Sie darauf, Christus unser Leben, sie sind nicht länger in sich selbst, sie sind in Christus. Mit anderen Worten, in Christus bedeutet, wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wir sind in dem auferstandenen Christus. Wo ist er jetzt? Er ist auferstanden. Er ist aufgestiegen. Er ist, zur Rechten des Vaters, verherrlicht worden. So wie er heute ist, so bin ich in dieser Welt. Das wollen wir uns zu eigen machen und in Besitz nehmen. Das ist Realität. Das ist wahr. Sie sind eins mit Jesus. Nun schauen Sie, ich zeige Ihnen jetzt diesen Bibelvers aus Römer, Kapitel 6, Vers 9. Da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Wie viele können dazu Amen sagen? Er wurde von den Toten auferweckt und stirbt nicht mehr. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, achten Sie darauf, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr. Was bedeutet also auch ihr? Also auch ihr bedeutet auf dieselbe Weise. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Trotzdem gibt es Leute, die lehren, dass man sich der Sünde gegenüber jeden Tag mehr für tot halten soll. Aber Paulus spricht hier nicht vom schrittweisen Tod der Sünde gegenüber, sondern von ein für allemal. Warum? Auf dieselbe Weise. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Auf dieselbe Weise wie was? Auf die Weise, auf die unser Herr Jesus der Sünde gegenüber gestorben ist. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Mit anderen Worten, auch Sie sind der Sünde gegenüber ein für allemal gestorben. Wann? Am Kreuz. Sie und ich, wir sind der Sünde gegenüber ein für allemal gestorben. Die Sünde hat uns nichts mehr zu sagen, auch wenn sie die ganze Zeit zu uns reden will. Und wir haben der Sünde nichts mehr zu sagen. Wir sind tot. Wir sind der Sünde gegenüber tot. Wir sind der Sünde gegenüber tot, so wie Israel auf der anderen Seite des Roten Meeres ist und alle Feinde begraben sind. Die Feinde können nicht auf die andere Seite kommen. Wir sind auf der anderen Seite des Todes, in dem auferstandenen Christus. Und wo sind unser Tod und unser Gericht? Sie liegen hinter uns, nicht vor uns. Für Gläubige liegen Tod und Gericht nicht vor uns, sondern hinter uns. Für die Menschen dieser Welt liegen Tod und Gericht vor ihnen. Aber für uns, die wir in Christus sind, liegen Tod und Gericht hinter uns. Genauso wie Israel auf der anderen Seite stand. Sicher, beschützt, gesegnet. Die Israeliten sahen ihre Feinde, und die Feinde wurden an Land gespült. Sehen Sie sich diesen Vers in 2. Mose 14 an, Vers 30. Dort steht, so errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Was sah Israel? Sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Dieselben Feinde, vor denen sie Angst hatten. Dieselben Feinde. Obwohl sie durch das Blut in Ägypten in der Passanacht gerettet wurden, waren die Feinde immer noch da. Also muss Gott etwas tun. Denn wenn die Feinde noch da sind, wird Israel immer Ängste und Befürchtungen haben, dass sie eines Tages unter die Macht des Feindes fallen werden, dass der Feind sie verfolgen wird. Nur das Gericht über die Feinde und ihr Tod würde ihnen auf einen Schlag sagen, dass die Sache ein für allemal erledigt ist. Ich meinte damit jetzt keine physischen Feinde von heute. Kind Gottes, ich meine damit diese Regungen, die in ihnen hochkommen. Das sind ihre Feinde. Das sind die Ägypter, die Menschen des Fleisches. Das ist das Fleisch, das hochkommt. Sie müssen das genauso sehen wie bei Israel. Sie müssen die Feinde tot am Ufer sehen. Der Pharao und all seine Wagen und seine Pferde sind tot. All seine Männer liegen tot am Ufer. Wo sind heute ihre Augen? Aber Pastor, wenn die Gefühle oder Versuchungen kommen, dann fühle ich Wut und all das. Sie müssen damit aufhören. Und ich sage Ihnen Folgendes. Freuen Sie sich. Freuen Sie sich, weil Sie nicht an die Lüge gekettet sind, dass Sie diese Sünde seien oder jene Sünde seien und Gott Sie dann in dieser Sünde sehe. Nein, Gott trennt Sie von dieser Sünde. Ich habe gesagt, Gott trennt Sie von dieser Sünde. Sehen Sie sich diesen Vers an. Das ist weiter vorne aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Unsere alte Natur, der Mensch von Adam, der Mensch, in dem nichts Gutes wohnt, der Mensch, der es liebt zu sündigen. Dieser Mensch ist mit Jesus gekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer, beachten Sie das, wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Die American Standard Version sagt das so. Wer gestorben ist, ist von der Sünde befreit. Von ist im Griechischen apo, okay? Apo bedeutet Trennung. Wer gestorben ist, der ist von der Sünde befreit. Und trotzdem, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott Sie, selbst wenn diese Regungen hochkommen, ansieht wie jemanden, der von dieser Regung, von dieser Sünde, befreit ist. Gott rechnet Ihnen diese Sünde nicht an. Egal, wie weit vorangeschritten Sie in Ihrem Leben als Christ schon sind, Sie müssen immer Folgendes bedenken. Über das, was am Kreuz passiert ist, wird der Teufel immer versuchen zu sagen, nein, das ist gar nicht passiert. Sieh doch, wie du dich fühlst. Wenn du dich so fühlst, wie kannst du dann der Sünde gegenüber gestorben sein? Sieh doch die Gedanken in deinem Kopf an. Wenn du das siehst, wie kannst du dann behaupten, du wärst der Sünde gegenüber gestorben? Fühlst du dich tot? Das würde der Teufel sagen. Fühlst du dich tot? Es geht immer um Gefühle und Erfahrungen. Ich sage Ihnen etwas über Gefühle und Erfahrungen. Die werden Sie nicht dauerhaft tragen. Tatsächlich ist genau das passiert, als Gott das Rote Meer geteilt hat, damit Israel durchgehen konnte. Die Bibel sagt, dass die Ägypter, die Armeen des Pharaos, versuchten, die King James Bibel sagt, versuchten. In der New King James Bibel heißt es, sie probierten es. Wir lesen in Hebräer 11 diesen Vers. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter, sie durch Glauben, meint hier das Volk Israel, dass das Rote Meer durchquert hat. Auch wenn sie das Rote Meer durchquert haben, mussten sie tatsächlich Glauben haben. Sie mussten glauben, während sie liefen, dass das Meer nicht über sie hereinbricht. Sie mussten glauben haben, dass Gott sie liebt, dass Gott für sie ist. Wenn Gott das Meer öffnet, dann kann niemand es schließen, oder? Wenn Gott es schließt, dann kann es niemand öffnen, wie die Ägypter gemerkt haben. Und Gott machte es so, dass ihre Körper und Leichen alle auf die andere Seite des Ufers gespült wurden. Es hätte auch so herum sein können. Ihre Körper hätten auch auf diese Seite des Ufers gespült werden können. Aber stattdessen sind die Israeliten auf der anderen Seite. Gott wollte, dass sie das sehen. Schauen Sie Vers 30. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Kind Gottes, Gott möchte, dass sie sich selbst als Tod der Sünde gegenübersehen. Sehen Sie sich selbst als Tod der Sünde gegenüber. Mit anderen Worten, all die Ägypter, die Sünden in ihrem Leben, sind alle tot. Wo ist also ihre Sünde? Tod. Ist das nicht wundervoll? Jetzt halten Sie einen Moment inne und denken Sie an sich selbst. Sogar wenn da ein Gefühl wäre, das Ihnen sagt, dass die Sünde tot ist, würden Sie es dann glauben? Natürlich nicht. Man braucht keine Gefühle, um zu wissen, dass etwas echt ist. Sie wissen, dass etwas echt ist, aufgrund der Integrität der Person, die es Ihnen sagt. Und die Person, die Ihnen sagt, dass Sie mit Christus gestorben sind, ist nicht bloß Mensch. Es ist Gott selbst in seinem Wort, das uns sagt, was am Kreuz passiert ist. Wir sind gestorben. Ich schließe mit diesem Vers. Römer 8, Vers 1. Dort heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, ihre wahre Identität. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat, nicht wird, nicht noch im Gange, sondern hat, Vergangenheit, mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Da steht nicht, im sündigen Fleisch. Schauen Sie, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Jesus hatte kein sündiges Fleisch. Und um der Sünde willen, als Sündopfer. Jesus war unser Sündopfer. Und die Sünde im Fleisch verurteilte. Hören Sie zu. Diese Sünde, dieses Erheben ist eine Sünde des Fleisches. Diese Sünde im Fleisch hat Gott verurteilt. Genau die Sünde, die sie hassen, hat Gott verurteilt. Und was Gott verurteilt hat, existiert in seinen Augen nicht mehr. Was Gott verurteilt hat, ist erledigt. Da geht es um Endgültigkeit. Allerdings ist es für unsere Erfahrung nicht endgültig. Für unsere Erfahrung ist es noch lebendig. Für unsere Erfahrung. Aber für den Glauben ist es vorbei. Für den Glauben ist es erledigt. Es ist tot. Leben Sie im Glauben, Kind Gottes. Leben Sie im Glauben. Wenn Sie das glauben, dann glauben Sie, dass Gott die Sünde im Fleisch verurteilt hat. Wenn Gott die Sünde im Fleisch verurteilt hat, dann kann sie sie nicht mehr anklagen. Ihre fleischliche Sünde kann sie nicht mehr anklagen. Denn Gott hat die Sünde am Kreuz verurteilt. Wenn Sie das glauben, passiert Folgendes. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, Beachten Sie das in uns, das ist sehr wichtig, nicht von uns, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Fangen Sie an, im Geist zu leben, denn Sie sind nicht im Fleisch, sondern im Geist. Je mehr Sie das erkennen, desto mehr werden Sie begreifen, dass all die Dinge, die Sie festhalten wollen, indem Sie das Gesetz einzuhalten versuchen, in Ihnen erfüllt werden. Sie wollen dann nicht stehlen. Warum? Weil Sie begreifen, dass Sie in Christus mehr haben, als Sie jemals brauchen werden. Sie wollen dann keinen Ehebruch begehen. Warum? Weil Gott Liebe für Ihren Ehepartner in Ihr Herz gegeben hat. Nur der bloße Gedanke an Untreue ist dann schon irgendwie Igitt. Solche Gefühle werden Sie haben. Das ist die Gerechtigkeit des Gesetzes, die erfüllt wird. Nicht von Ihnen, sondern in Ihnen. Wer tut das? Der Heilige Geist. Halleluja. Gott möchte, dass Sie dieses Land besitzen. Sie sollen sich nicht nur darüber freuen, dass das Blut Sie erlöst und beschützt hat und Sie vor dem Engel des Todes und vor dem Gericht beschützt hat, sondern hier, in unserem alltäglichen Leben, sehen wir unsere Feinde mit der Perspektive der Israeliten auf der anderen Seite, von wo die Feinde nicht durchkommen können. Sie sehen, dass Satan nicht über den Tod hinausgehen kann. Er kann Jesus nicht in die Auferstehung folgen. Er kann es nicht. Er kann nur mit Menschen arbeiten, die im Tod sind. Nicht darüber hinaus. Wenn der Teufel also in vergangenen Zeiten den Tod und all das gebracht hat, dann ist das alles, was er tun kann. Er kann kein Auferstehungsleben bringen. Das kann er nicht. Sie sind also nicht mehr in seinem Machtbereich. Sie sind durchgezogen wie die Kinder Israels. Sie sind durch das Rote Meer gezogen, durch das Kreuz. Sie sind mit Jesus in den Tod gegangen. Und als Christus auferstanden ist, sind sie auch auferstanden. Heute sind sie in Christus auf der anderen Seite des Todes, wo Satan nicht hinkommt. Wir müssen das begreifen. Eines Tages sagt die Bibel, wird Christus, der unser Leben ist, offenbar werden. Und wir werden mit ihm in Herrlichkeit offenbar werden. Beachten Sie, Christus ist unser Leben. Er ist unsere wahre Identität. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich möchte jeden Einzelnen von Ihnen einladen, der Jesus noch nie zu seinem Retter und Herrn gemacht hat. Das ist Ihre Gelegenheit, um Jesus als Ihren persönlichen Retter und Herrn zu bekennen und ihn zu empfangen. Und all das, was er am Kreuz für Sie getan hat. Sein Blut wäscht Sie rein, vollständig rein von jeder Sünde, ob vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen. Das Blut hat Sie nicht nur gereinigt, es hat eine ewige Erlösung für Sie bewirkt. Sie können niemals verloren gehen. Sie sind auf herrliche Weise gerettet. Und nicht nur das. Sie sind damit vom Tod ins Leben übergegangen. Sind Sie bereit dafür? Das, was vor vielen Jahren am Kreuz passiert ist, wird heute für Sie Realität sein, wenn Sie einen Schritt des Glaubens gehen. Beten Sie jetzt mit mir. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass Christus für meine Sünden gestorben ist. Und ich danke dir, dass Jesus nicht nur meine Sünden getragen hat, sondern auch mein altes Ich, das schlechte Ich. Das Ich, das nichts Gutes hat. Alles ist weg am Kreuz. Du hast Jesus vom Tod auferweckt, ohne meine Sünden, ohne meine Krankheiten. Ich danke dir, Herr Jesus. Dort bin ich, in dem auferstandenen Christus. Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Vater, ich danke dir, dass ich wunderbar gerettet bin. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Preis den Herrn. Wenn Sie dieses Gebet gesprochen haben, dann sind Sie ein Kind Gottes. Sie sind gerettet. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Preis sei dem Herrn. Preis sei dem Herrn.